Für Janikasprung und China notieren wir 8 Punkte, 33,5 Sekunden, 8 Penalties in 33,5 Sekunden. Dann ist Hilgari in der Bahn, 8 Jahre alt ist die belgische Stute von Calvaro. Im Sattel sitzt der Olympiasieger von Athen 2004 und dreifacher Weltkamp-Sieger Rodrigo Pessoa Brasilien, Brasil. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Applaus Applaus Ohne Fehler, 27,5 Sekunden, 4 Sekunden. Das ist Platz 5 für Rodrigo Pessoa und Hilgari, 2nd, 5th so far. Applaus Wohl, 2nd, 6,5 Sekunden, 3.0 Sekunden.